Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Super Smash Bros. In dieser Reihe werden wir versuchen, alle Meilensteine zu bekommen. Ja. Ach ja. Okay, gut. Und wir wollen mit diesem hier anfangen. Ja. Also mit einem Versuch ist es halt einfach, dass wir, glaube ich, generell nicht sterben, weil man hat manchmal zwei vor zwei Leben. Und man darf nicht beide verlieren, in keinem einzigen Kampf. Und davon gehen wir aus. Wie es tatsächlich ist, wissen wir nicht. Aber, ja. Müssen wir gucken. Wenn wir es schaffen, ohne einmal generell zu sterben, und wenn wir die Meilensteine nicht bekommen haben, dann... Wissen wir, dass wir nicht ein einziges Mal sterben dürfen. Ja. Ja. Und das wird jetzt erstmal unser Ziel sein. Das wird auch gute Zeit in Anspruch nehmen. Und deswegen fangen wir jetzt direkt mal mit einem klassischen Modus an. Wir sind beide nice. Neukorn-Neukstation, ne? Ja. Wir müssen noch 146.000 Gold sammeln und dann haben wir es. Oh, nice. Das ist ja fast nichts. Das haben wir ja quasi schon. Ja. Äh... So unterwegs? Genau, das war alles 6er-Camp. Oh... Dann haben wir den 6er-Camp schon mal hinter uns, oder? Ja. Nicht komplett sterben. Den Team-Camp. Ja. Team-Camp. Also Team... Ja. Also... Wir 2 gegen 6 andere. Oh shit. Ich bin tot. Aber nur einmal. Ja ja. Also... Das ergibt sich ja richtig. Zeig den Manager. Wo? Weil die schienen kann? Ja. Weil die schienen kann? Weil die schienen kann. Ja. Weil die schienen kann. Okay. Okay. Ich bin der Manager einmal gestorben. Perfekt eigentlich. Aber nur einmal. Das geht ja noch. Ja, wissen wir nicht. Wissen wir nicht, aber für das was wir vorhaben geht's. Ja. Ja. Wem? Wer könnte es sein? Who's that Pokemon? It's... Costume Mario! Ich bin der Karte zu schärfen. 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 Nein. Und deswegen hast du die Karte? Ja so. Wegen mir? Nein, wegen diesem... Immer wenn ich an einem schuld. In diesem Decke. In diesem Decke. In diesem Decke. In diesem Decke. In diesem Decke immer, ey. Das war ja easy. Ja. Und wir sind nicht mal gestorben. Das ist ja auch gar nichts das Problem. Das Problem ist ja der Endgegner. Oh, der... Bozo Juno ist der Gegner. Ich verstehe immer noch nicht. Müssen wir gleich mal googeln, was das bedeutet. Vielleicht, dass der uns ganz viel Geld gibt. Und sonst wird den Funk. Boah, ich weiß nicht. Warum kommen die alle zu mir, Alter? Guck mal, die sind alle in verschiedenen Teams, aber alle springen drüber. Aber wir hatten eigentlich die zusammen. Ja, ja. Natürlich. Das ist ein Pokémon-Fanzen. Igamaru. Der macht Samenbomben, oder? Das ist ein Starter. Ja, so. Okay, so. Okay, wusste ich nicht. Das ist bei Samenbomben, oder was? Nein. Oh, nee, das kann er auch später wissen. Oh, Leute! Das ist die Kamera, das ist die Kamera. Die ist in uns? Nee. Ich meine... Ja, ich habe Karte. Was? Ich bin betäubt. Ja, aber dein Schild wahrscheinlich geklappt. Ich hatte kein Schild. Ich habe den nicht gemacht. Ich habe angegriffen gerade. Ja, glaube ich dir nicht. Das werden wir ja dann nochmal sehen. Hier hast du ein Replay. Ja. Sicher zu holen. Toll. Alf und Luigi, Junge. Es ist Alf, scheiße. Oh, nein. Oh, fuck. Nein, warum? Warum haben wir so ein Pech? Ich halte mit! Junge, der gibt uns ja seinen Micro-Charge und zerstört uns. Ach du Scheiße. Alright, close! Oh, BAM! Get fast! Was ist das wirklich so? Der wäre echt heftig. Der wäre echt heftig. Noch mehr Kleidung? Ja, Digga, ja. So sieht das aus. Ja. Ja. Ach, Gescheiße. Gegen 4. Ist doch gar nicht gestorben der Zeit. Nee, noch nicht. Deswegen will ich auch Lucina anfangen. Und die Yoshi, alter Yoshi. Wo ist die? Ja? Den? Ja. Zwei. Bei Recker. Ja. Äh, die Yoshi auf Stufe 9 hatte der zu stört, und so hart mit seinen Eiern, die er wirft. Äh, ich. Der wirft, der aimt, der perfekt mit diesen Eiern. Hat zwar schlöppboden, aber werfen kann ich meine Eier trotzdem nicht. Ja. Ja. Ja, das ist ein Eier. Ja. Ja, das ist ein Eier. Ja. Ich schneide mal alles rein, gegen das Schau. Ich frau nur irgendwas. Ganz ehrlich. Ja. Ich hab schon einen von den Gegnern. Zwei. Hier kann ich. Stehst du halt wirklich nur da wo und machst nichts, gell? Nee, ich kämpf mich also wirklich. Warte. Was ist denn da, du? Was? Was? Ich mach mal mal. Perfekt. Bam! Jawoll. So, dann kommt jetzt, dann kommt jetzt die leider schwerste Runde. Ja, war klar. So, dann widmen wir uns jetzt unserem Lieblingsgegner. Dann wäre ich ja noch easier. Ja. Messer an der Presse sind ja easy. Weil ab dem Bund wird es schon. Ja. Weißt du, als wir es zum ersten Mal gespielt haben. Und wir uns gedacht haben, wir haben es geschafft, auf einmal geht es weiter. Warte. Ja. Ja. Weiß noch, als ich den einen Konter gemacht habe mit Palutena. Ja. Junge, ab nochmal. Okay. Okay. Ja, geil. Ja, geil. Verwäg dich. Okay. Jawoll. Ich kann nicht mit der Kombo reden, jetzt ganz ehrlich. Jawoll. Okay, gut. Jetzt kommt der Boss. Ja. Ja, soweit. Nice. Nice. Du fühlst aus richtig stark gegen die Tüten, ey. Ja, man. Wir dürfen halt nur nicht sterben. Das ist eins Problem. Der ist vom Sprung an Luft. Glaube ich. Ja. War doch schon. Ja, nein. Ach, den meintest du. Okay. Fuck, ich bin dauernd. Egal. Nur einmal. Okay. Okay. Du darfst nicht sterben. Ich hab noch. Du darfst nicht. So gut warst ich, glaube ich noch nie. Oh, fuck. Okay. Ich bin da richtig dauernd. Weg mich. Okay. Nice. Okay, okay, okay. Weg dich rein. Ja. Nein, noch nicht. Ja. 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 Jawohl. Du musst doch dieses Ding machen. Ja. Okay, komm. Halt. Nur noch das. Jawohl. Jawohl. Nice. Oder auch nicht kriegen wir jetzt die Brinne. Hoffentlich. Weil sonst... Ach, so gut waren wir noch nie. Und das beim ersten Versuch. Alter. Ja. Ja. Bohrer. Und? Setter. Ja, aber das Bohrer ist krasser. Vom Setter hab ich schon so viel gehört. Aber es ist schon Setter verteidiger. Vom Bohrer hab ich schon so viel gehört. Ja. 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 Ja, okay. Aber dann war's die erste Rolle. Ja das war's für dieses Mal. Nächstes Mal werden wir's wieder versuchen. Aber... Also so gut waren wir noch nie. Und ich glaub nicht, dass wir's nochmal so krass hinkriegen. So schnell. Ja. Aber ja. Dann... Dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao. Und ciao. C'est bossé.